Previously at Dead Rising 3 In eine allgemeine Lieselweg-Richtung. Ja, wir müssen eigentlich nur über die Hauptstraße so gesehen dann... Moment. So, wir müssen über die Hauptstraße zurück und dann zur Hauptquest eigentlich nur zurück. Waffenmäßig sieht es eigentlich noch gut aus, oder? Barbershop, 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 Barbershop. Doch da waren wir schon drin. Schnurrbart und so und scheiß alle. Ja, brauchen wir Waffen, oder brauchst du Waffen? Ich brauche keine, nein, momentan eigentlich nicht. Okay, weil ich brauche nämlich auch keine, dann würde ich sagen. Wollen wir uns jetzt einfach nur in den Garten. Und... Oder, was wir auch machen könnten, theoretisch gesehen, wir haben hier, wir haben hier noch, zum Beispiel da wo du, glaube ich, gerade bist, links neben dir, da befindet sich so eine, so eine Herausforderung. Okay, ich hole dich ab. Ne, brauchst du gar nicht. Ah! Abholen, dich überfahren! Upsi! Zu beleid. Fahr'n wir mal zurück und zurückwärts. Dann haben wir dann gleich auf der rechten Seite, irgendwo ist da, hier vorne, da oben drauf. Haben wir nämlich eine Herausforderung. Einmal kurz gucken, was das ist. Ja. Bäh! Hier sind lauter Feuerwehrmänner! Geh weg! Wuuuuss! Genau, ich bin hier! So! Jetzt ist Ruhe. Immer da hoch, immer hier hoch, dann noch ein, noch ein und dann haben wir hier oben... Recht auf Waffen, erledige innerhalb des Zeitnimmens soviel es auch wie möglich, ausschließlich mit Schusswaffen. Tja, das sieht bei mir irgendwie scheiße aus. Ich hab... Warte mal, gerade bevor du das machst, ne? Hm? Was? Lass mich einmal gerade auf den Dingswagen drauf. Haben wir überhaupt noch andererweise Schusswaffen? Nö, ne. Ich hab auch nur eine LNG dabei. Ja, ich hab... Ich hab noch mal ein Dings dabei. So, warte mal kurz. Das ist ein Benzin-Tank, den schmeiß ich schon mal da vorne hin. Heiß ich nicht ausschließlich mit Schusswochen? Das ist auch ein Schusswaffen, oder? Die brennenden Pfeiler? Ja, aber ich weiß nicht ob die Explosion von einem Benzinteiler vorzielt. Ein paar Zombies kriege ich von da. Von da. Und von, ja. Mach mal an. Soll ich mal anmachen? Dann rennen wir gleich nach links durch, weil ich glaube, da haben wir noch eine große Rolle, oder? Gucken ob ich hier noch ein paar zusammentreiben kann. Irgendwie. Quatsch, quatsch, quatsch. Ja, super. Das war's bei mir mit Schusswaffe. Bronze haben wir. Hat man sich hier bei den Flammen? Das dauert einen kleinen Moment, bis sie verbrannt sind. Ich krieg zwar viele. Ich mach mal so Blocks. Ich glaub, die Killz kriegen wir nicht so richtig gut zusammen. Dafür bräuchten wir andere Waffen. Dann ist es heuer zugeben. Nein, ich bin selber. Das ist das nicht. Okay. Der. Bombs. 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 Du weg. auch sowohl ist wollen wir denn jetzt er aber was man zu holen es ist es ist gut an die Niederlösung zum Zulassungen zum Treffen hin Ja. Ja, ne? Hört sich gut an. Ja! Oh, mein Leben sieht auch nicht mehr gerade so dermaßen rosig aus. Äh, Auto. Ich hab eins. Was, eins? Ja, ich hab da wächst zu dir. Ich komm dir mal entgegen. Ja. So eine Stelle habe ich nicht. Das ist egal, aber du hast ein Auto. Okay. Okay. Bin da. Aber noch nicht drauf. Jetzt bin ich. Ja. Ja, aber lassen. Wir haben gerade eben gleichzeitig draufgegangen. Wir sind gleichzeitig draufgegangen. Wir haben weiter auf dem Spiel gesessen. Daher haben wir wie. Ja. Die Richtung ist gut, aber wir müssen gleich einmal gehen. So, geradeaus weiter bis zur Straße, dann müssen wir schrecken. Um da drauf zu kommen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist gar nicht so einfach. Hier über die Straße hoch und von da aus dann da unten drunter durch. Das funktioniert. Das heißt, äh... Ja, aber man kann natürlich auch erstmal komplett über dem Fügel fahren. Ja, ich muss über... So, es ist die Karte gerade wieder weggemacht. Schade. Wart mal, ich hab ne Idee. Bleib drin. Dein eigenes oder was? Nein, das und zum anderen ist so ein scheiß Lautsprecher, der mir auf den Sack geht. Nehmen wir noch mal ein Schwert wiederholen. Ja! Geht aus dem abgefuckten Weg. Da ist mein Flappenschwert. Aha! So. Äh, ich glaub, da ne Karte bremmt. Da, schau wieder. Aber diesmal fährst du. Gerade aus. Ähm. Gerade aus. Da lang? Gerade aus, genau. Ooooooh! Ähm, also der Wagen brennt zwar nicht, aber trotzdem muss er kaputt. Ja. Ich glaube, das könnte man wohl so leicht vergessen. Ah, jetzt brennt er. Das ist gut, ich hab keine Waffen mehr. Schaffen Sie das? Nein. Wie, du hast keine Waffen mehr? Nein, jetzt nicht mehr. Na toll. Willst du Waffen von mir haben? Was auch, dann gehen wir erst mal kurz auf den Friedhof. Bitte weg! Weg! Ich glaubst du es noch auf den Friedhof? Na ja. Gut. Was auch? Ja. Was? Oh. Was? Ah. Ich hab was vor. Ich hab's auch den! Ich hab was jetzt vorher vor! und die Stimme ist ein Blutrausch erledigen hat es sei so viele Zombies wie möglich die Garnier egal wie Komao muss über die Seite hochklettern dann sag mal was sie gerne haben will alles was kaputt macht alles was kaputt macht was auf, dann kriegst du von mir ein Rechen ja jetzt meint das mal da unten alles ja klar du musst dir auch jetzt vorrennen du musst alles hier anrufen ziehen wo ist denn jetzt, wo ist denn der Rechen? der Rechen, nicht die Hunde, da nicht der nein, ich warte einmal drum zu, ich bin das neu da ist er ja ne, gleicher Ball nein, du hast den Rechen mach Hälte in dem Ball ist gleicher Ball, wo ist denn der Rechen jetzt bist du über den Rechen weg gelaufen die Rechen liegt ja nicht doch der Rechen liegt ja nicht doch der Rechen liegt ja nicht doch der Rechen liegt ja nicht der Rechen liegt ja nicht ah mein egal ist ja letztes Jahr anrufen das hast du gesagt doch jetzt wahrscheinlich zu mir weil ich habe mich nicht zum Beispiel die Zollköhle habe ich jetzt gelaufen ach so Oh, wie viele Kills brauchen wir noch? 52 Oh, fuck yeah! Kommt her, meine Freunde! Silber! Jawoll! Das ist schön, aber Spaß! Ja, aber jetzt schon! Weyer! Oh nein, meine Wowie ist kaputt! Ich habe eine andere! Fünf, vier... Ratsch! Jawoll! 45.000, sehr gut! Sprecher ohne Ende! Ich glaube, meine Waffe ist gleich kaputt. Auf jeden Fall ist jetzt... Wo haben wir das Ding denn gestartet? Ist was gestartet? Ja, ich bin gerade am Grügeln, wo wir das Teil gestartet haben. Das war doch hier vorne irgendwo. Hier oben drauf. Wieso? Nochmal oder was? Ne, ne, das ist irgendwie... Ich will mal ein Rechen wieder haben. Da hast du ihn mitgenommen. Ich hab dein Rechen. Das ist ein Rechen nicht gefunden. Nein, das wird ja auch nicht angezeigt. Ah. Hier haben wir ein... Fuck yeah! Ich hab ein... Ein Gras mehr hab ich! Oh, da kommt ein mehr! Hä, was ist das jetzt? Gleich nochmal. Aber ich glaube, mehr als eine Bronze kriegen lassen. Ne, wenn überhaupt. Die sind jetzt einfach zu viele kaputt. Die Bronze haben wir schon mal. Leider keine. Die können es mitmachen. Die haben wir schon mal Silber. Und jetzt haben wir hier wirklich zu wenig. Ich hab auch keinen Zombie-Trailer mehr. Ich hab auch keinen Zombie-Trailer mehr. Ja. Ja. Aber nicht schlimm. Gold hatten wir ja schon einmal gehabt. Kriegen wir jetzt nochmal so viel PP? Ich glaube nicht. Ne. Ne, diesmal nicht. Ah, da oben! Ich glaube, hier müsste... Ne, doch nicht. Das Korsongo ist nämlich mit. Ist hier das zum Draufklettern? Ne. Wo war das Ding denn? Nein. Kein Plan. Ich glaube, ich bin noch auf der... Ja. Kein Wunder. Ich bin auf der falschen Seite wahrscheinlich. Ja, ich bin auf der komplett falschen Seite. Da muss das Rechen hier nicht rumliegt. Sag mir das doch mal. Mann! So, da war nämlich das Teil. Und das heißt, hier liegt ja. Flup! Jetzt hab ich auch mal ein Rechen wieder. So. Einmal bei Fritter drüber. Ich find das schön, wenn Zombies erstmal so einen komischen Tröten-Dings sogar in den Kopf gesetzt hat, das behalten die ja lange auf, ne? Naja, die wollen's gar nicht loswerden. Wo bist du? Bist du mal am Friedhof oder wie? Und du bist immer noch drauf. Ja. Ich such dich mal. Wo ist der Weg hier? Er stört die Grabruhe! Ja. Oh, cool. 25 von 100 Grabsteinen zerstört. Gibt's denn was für? Da muss ich einsteigen. Du bist ja erstmal perfekt. Na super! Wieso geht die Kauern kaputt? Weil du gegengehauen hast! Nicht gegenhauen. Nicht doch. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ganz toll. Okay. Wir haben uns ja sehr viel weiter bewegt. Das war ja jetzt sehr, sehr hilfreich. Schöne Scheiße. Und! Okay, wir müssten zusehen, das war jetzt irgendwie erstmal wieder ein Gefährtkrieg. Ja. Und das am besten sehr schnell und wir haben ja ein dampfiges Bike. Ganz heilig. Ganz heilig! Ganz heilig! Was ist das denn? Ja, ich habe ein Feuerwehr gestartet! Was ist das denn? Bumm! Juhu! Schön! Yeah! Geil!